Musik Musik Und da sind wir wieder hier in der Combat Zone in Fallout 4 Und damit herzlich willkommen zurück zur Disaster Area In der letzten Folge haben wir eben dieses Ambiente hier gefunden Die Combat Zone, was wohl so eine Art der Torenkämpfe für Raider war oder so Die haben wir mal gehörig auseinandergenommen Und ich glaube da oben war ich gerade noch gar nicht, wo wir schon mal dabei sind Und ja, damit haben wir allerdings den armen Tommy, der eigentlich überhaupt nichts mit Raider zu tun hatte Den Laden ruiniert und ja, ich muss jetzt mal mit dem reden Vielleicht können wir da noch irgendwas machen, können wir da noch irgendwie behilflich sein Das Gute an der Sache ist, dass er uns Kate hier zur Seite gestellt hat Die hier Die wir jetzt als Companion mitschleppen können Und deswegen glaube ich, werden wir Deacon bald auf Wiedersehen sagen Aber wir werden auf jeden Fall wieder auspacken, wenn es weiter mit den Railroad Quests geht Aber momentan geht das ja nicht Und deswegen werden wir glaube ich Deacon erstmal irgendwo parken Aber jetzt fragen wir erstmal an Tommy, ob da Nicht noch irgendwie eine Questline ist oder so Mit dem man den Laden hier wieder aufbauen kann Das wäre ziemlich cool Ja, ist das jetzt gut oder schlecht Tom, ich kann nicht sagen, dass ich die Leute missleite Aber ich vermisse ihre Kaffee Hm, ist das nicht, als könnte mir dem irgendwie helfen momentan Wo ist denn Deacon jetzt hin? Ach, da ist der jetzt jetzt sich erst Ah ja, okay So wie immer Der setzt sich erstmal, trinkt einen Kaffee oder was auch immer Gut Dann reden wir doch mal mit Kate Ja, sind wir Ja, sind wir Ich möchte euch zeigen, wie wir Dinge in der Combat Zone gemacht haben, Deacon Name die Zeit und die Zeit Oha, ist ja ganz schön schlagfertig Aber nichts anderes habe ich von der erwartet So und wie immer schicken wir Deacon erstmal nach Sanctuary Hills Damit wir alle so an einem Ort versammelt haben Und auch ja wiederfinden So, dann bin ich mal gespannt, was Kate so drauf hat Und wie die so drauf ist Und ja, Deacon, wir sehen uns dann später bei der Railroad wieder Oh, was soll ich denn hier Habe ich irgendwas übersehen Ich habe nämlich, bin ja mal durchgegangen Habe ich schon mal ein bisschen Habe ich schon mal alles mögliche gelootet Aber anscheinend habe ich ein paar Dinge übersehen Deswegen schleppe ich jetzt doch wieder ein bisschen mit mir rum Aber ist alles halb so wild So, mit unserem neuen Companion Latschen wir jetzt weiter Richtung Castle Und lasst uns ausnahmsweise mal von allem möglichen ablenken Was uns da in die Quere kommt Denn wir haben momentan irgendwie nicht viel, was wir machen können Deswegen streifen wir einfach so ein bisschen durch die Gegend Wir erkunden vielleicht hier und da mal eine Höhle Kommt drauf an, was wir finden Wenn wir das Castle erstmal gemacht haben Müssen wir uns erstmal um das Castle kümmern Und das kann erstmal ein bisschen dauern Dass man ruckzuck alle Materialien los Je nachdem, was mir hübsches dazu einfällt Momentan bin ich noch ziemlich planlos So Wir müssen in eine ungefähre diese Richtung Das ist schlecht, das ist nämlich ein Haus im Weg Gut, dann bleiben wir uns doch erstmal hier lang Da haben wir jetzt schon irgend so ein Kreuzsymbol Wahrscheinlich in ein Krankenhaus oder so Aha Okay Das ist nicht viel, aber immerhin ist das was Da steht nur in den Hallecken Wer schießt da? Oh, hallo Ähm Wo ist denn die Kate jetzt eigentlich? Ach, da ist sie ja Was hat sie denn hier? Jawohl, hier die Shotgun Das hätte man sich denken können Guck, guck, Gunner Du wirst jetzt gegannt Einer noch Zack Na, wie immer muss man sich den Fallout regelrecht durch die Straßen der City kämpfen So Sind bestimmt noch mehr Leute Leute unterwegs Da oben haben wir so ein Turret Das werden wir uns direkt mal hier Hier aus dem Kampf rausnehmen Juhu Packen wir doch mal hier an So Rechtliche Autorität In den Korb Aha, da kommen sie Oh Mr. Gatsis Hallo Wow Wow Der ballert ja ganz schön hier rum Eieieiei Geht ja direkt hier los Direkt hier voll im Kugelhagel So Du kriegst jetzt erstmal hier einen Reingekritt Bye, bye So Das ist Autorität Ah, Respekt bei Autorität So Huuu Das hat sogar ganz schön hier HP gekostet So Wo sind meine Nudeln Da Nudeln Lecker So Und danke für deine Fusion Cells So Aber einer muss hier noch irgendwo sein Na toll Der ist irgendwo oben Das kann überall sein In diesem Gebäude da Gut Gucken wir erstmal was die Typen hier so haben Okay Hier irgendwas in der Box Aha Das ist ein 50er Kaliber Ja, ja 50er Kaliber sind mir lieber Hahaha Amourbox Oh, neuer Stimpaks Das ist gut Mass Bay Medical Center Okay So Gehen wir doch mal hier nach oben Juhu Nein, hier scheint keiner mehr zu sein Oh 308er Hab schon länger nicht mehr gefunden So Hier bist du eine Cookie Station Ich glaub ich wechsel jetzt mal wieder Erstmal Das war eine Combat-Reife hier Hm Hier geht schon mal nicht weiter Und hier geht's auch nicht irgendwie nach oben Hier ist nur so eine Kochstunde Aber Hier haben wir noch diese Leiter hier Bin ich hier mal gut Ha So wie so aus Hier kann man sich ja echt Größtenteils auch nur über die Dächer fortbewegen Das war aber eigentlich jetzt gar nicht so meine Intention Oh, keine Ahnung, auch noch hier rüber Ach Gott ist das verzweigt Ja Ja da Wo sind die denn die Jungs Kann mir eigentlich auch egal sein Jetzt piept ja noch irgendwas Wahrscheinlich eins von diesen Spotlights, das uns entdeckt hat So Ich würde sagen Was liegt denn hier Nichts Interessantes Wir gehen einfach mal hier in das Midi-Center Das passt mir eigentlich ganz gut Denn in den Midi-Center sollte es ja sowas wie Stimpacks geben Und ich hab nicht mehr so viele Also macht das durchaus Sinn, wenn wir hier mal reingucken Hoffentlich lohnt sich das jetzt auch Aber Sollte ja eigentlich Ich meine Was hat sich bisher nicht gelohnt So an Dungeons So Fängt direkt an hier Mit einem Experten Terminal Das ist ja Herz allerliebst So Die Bubblegums nehmen wir mal mit Ansonsten Kümmern wir uns Wie immer Später erst Um das was wir sonst noch so ist Oh Das ist wieder hier so ein super Zoom Terminal Ich will direkt mal Ransack Du hast direkt so eine likeness von 0 Damit kann man das Reprimand Okay Das Wort habe ich schon nie gehört Das kann es schon mal nicht sein Bloodlast Vielleicht Ausprobieren Nee Intricate Nee da ist das C Das stimmt da Überall Also kann das nicht sein Stumbling Könnte es sein Ist es aber nicht So Jetzt müssen wir erstmal wieder Klammern suchen So Das hatten wir schon mal Wo ist mein Wo ist mein Reset Ich hätte gerne Einen Reset 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 Komm raus Aha Da ist mein Reset So Hier haben wir auch noch Eine Klammer Das ist schon mal gut So Wo sind wir stehen geblieben Stumbling Stumbling war es aber nicht So Messianic Probieren Nein Eliminate Eins von den letzten drei Muss es ja sein Da kann ich eigentlich Durchprobieren Und das war es dann auch schon Wir haben nur diese Protektion Kontrolle Aber Bin ich Bös auf die Fresse gefallen Deswegen lasse ich das einfach mal Du bleib schön da drin Die Polizei Oh Okay So Wie man jede Menge Adominium Kennst Das ist ein Buff Out Oh Hallo Das ist immer rigoros Da wird direkt geballert Hier Äh Das hört sich nicht gut an Das hört sich nach Irgendwelcher Schweren Maschinerie an Das ist nicht gut So Bevor wir hier rumlooten Sollten wir vielleicht Erstmal zusehen Dass die Gegner loswerden Aha Dafür müssen wir uns Erstmal sehen Okay Wenige Küchenzeugs Was war da Ist noch irgendwas Hier haben wir schon mal Frior Money Das wiegt ja nichts Und die Kugeln Nimm natürlich auch gern mit Das Geräusch Cool ist hier Gefällt mir überhaupt nicht Und die habe ich jetzt Nicht mehr damit gemeint So Hast du ein bisschen Muni für mich Danke Oh Hallo Radio Gerade jetzt muss ich Vorsichtig sein What Was Nach Sorgion Oh geil Oh geil Na Nimm das Das Oh oh Die sind für den Anfang Habt gehört Nicht so geil Ich hab mich jetzt mal Geschwister So zu bieten hat Autsch Autsch Was ist los Shotgun Du schaffst das Jetzt wieder Hier auf den Hier auf den Gop Autsch Was ist das Für ein komischer Wettstrahl Das mag ich nicht Ja dann komm doch raus So Den hätten wir Schon mal geschafft Die Zähne Nehmen wir uns Schon mal Videotronic Ist mal wieder Nichts Hier scheint es Wieder nach draußen Zu gehen Okay Dann müssen wir wohl So wie es aussieht Entweder die Treppe hoch Oder mit dem Elevator fahren Ich gehe lieber Erst mit Die Treppe hoch Juhu Mhm Das Buffer Nehmen wir uns Schon mal Oh hallo Da ist der Unsere Gute Zack So Nudelpause Wo sind denn meine Nudeln Da sind meine Nudeln So Oh mir fällt auf Ich habe ja noch Ein Level ab Ich vergesse das Jedes Mal So Blutpack So Hier noch irgendwas Schönes Was soll das denn hier Irgendwelche Zellen Haben die hier wohl Eingerichtet Für wen auch immer Und da braucht man Nur das Lock Für Was ist denn das Für ein Symbol Na ich kann das auch Selber Kate Aber es ist schon mal Gut zu wissen Dass die das kann Hat uns angeboten Hier das Lock Aufzumachen Und ich glaube Dieses Symbol Da ist Ein Minuteman Symbol Wenn ich mich nicht Täusche Ich habe gehofft Ich könnte von außen Irgendwie da dran Aber das funktioniert Wohl nicht Daran hat man wohl Gedacht Aber gut Knacken wir das Ding Halt auf Ja Nimm diesen Bucket Die Tat Nehmen wir uns Schon mal Den Rest Lassen wir erst mal Sonst sind wir Wieder ruckzuck Zu schwer Das wollen wir ja nicht Wenn da Wie Call Compensated Boosted 5E Laser Weifel Nimm ich mal Was zur Hölle Einen schwierigen Längeren Namen Konnten man sich ja Kaum Vorstellen Und ein Teil Weil das schon mal Schlecht So Aber jetzt Erstmal Der Safe Na Nur ein Stück Das war ein bisschen Ich glaube Ein bisschen zu weit Oder Mal gucken Na Noch ein Stück Ja Ja Jetzt So Das können wir uns Alles schon mal Schnappen Das lassen wir Erstmal da So Das machen wir mal Aus Short Siren Weifel Ah Hat man Endlich so ein Ding Könnte ich jetzt Natürlich nicht stehen Lassen Das Subway Token Wiegt ja nichts So Was haben wir hier noch Noch mehr Muni Und Dirty Water Gut Hier haben wir so eine Schrottbrücke nach oben Direkt mal Gucken Was hier uns noch so Erwartet Juhu Was ist denn das Die V-Bag Hallo Katze Hm Haben wir hier noch Irgendwas Interessantes Nicht wirklich Na Spring doch Aha Hunde Gibt es hier auch Ist ja schön Das alles hier so gut Verstehen So Zement Aha Ein paar Gugeln Da sieht es ja so aus Als wären wir die Gäner jetzt schon los Obwohl ich irgendwie Den Verdacht habe Dass es oben Noch mehr gibt Bestimmt Ah Eine Lunchbox Was haben wir denn da Nudeln Das ist gut Meine sind gerade ausgegangen Die sind alle leer Der ist kaputt So Haben wir hier noch Ein Waffhaut Ach komm Den Train Nimm gerade auch mit Ich habe keine Lust Wie da raus So nach hinten Liegen Ist das Schwachsinn So Tür auf Oh Über das Treppenhaus Wenn wir also gar nicht hochgekommen Ist Gut zu wissen So Was liegt hier Battle clipboards Hap Ups Ich weiß nicht War Kate Ah Ansonsten Ist ja aber Nichts Was ist das hier Hätige Center Station North Also gibt es da Dann einen anderen Teil Nehme ich mal an Moment Nicht ohne Meine 38er So Jetzt können wir uns Das Ganze ansehen Um To die ladezeiten tun wir wieder übrigens da kann ich ja gerade noch niederchen machen schon mal tee kochen oder so kate kannst du schon mal irgendwie wasser aufsetzen oder so was hat klack gemacht ich glaube es geht weiter ja was habe ich gehört ja das habe ich gehört hallo erstmal voll daneben schießen soll jetzt aber was wahrscheinlich stand jetzt kate irgendwie weg rum haben wir den typen doch einfach mal 50er kaliber das nehmen wir danket an nett dass hat die uns direkt hier vorbeigebracht hat das können wir uns auch direkt schnappen wirft ihr uns direkt mit was weiß ich was so eklig da schnauze mann 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 so und danke für die fusion cells stimmt auch schon mal mit das kann verzichten stimpack schnappen uns direkt mal aha was haben wir denn hier ja was leuchtet mir denn entgegen paar quantums ist ja super direkt zwei auf einmal geil umart direkt mal quick safe na auto pitboy safe will momentan nicht genau warum es eben so quantums müssen gespeichert werden wenn die darf man auf keinen fall verlieren direkt zum cooking station uni noch mehr muni so kaffee sind wir gerade nicht daran interessiert aber hier einem safe sind wir sehr wohl interessiert so was hast du denn für uns das ist ja voll ganz viel muni und ein bisschen geld natürlich da haben wir noch mehr geld so ansonsten ist hier aber wohl nichts mehr die war jetzt doch nicht weiß machen das ist jetzt so eine nur für diesen kleinen raum hier so eine transition gemacht extra gemacht haben mit auf sich wie langem lade screen und so auf war ja ja da geht es noch weiter okay oh wir sind tatsächlich draußen das ist nach zu oder so okay naja was vom züge übrig ist so wo geht es hier denn hin entscheidend nirgendwo speziell nur hier auf irgend so einem dach na gut wo wir schon mal hier sind gucken wir uns mal ein bisschen um aha es ist das consumer robotics okay hat ein paar interessante sachen der typ so medics mal auch mit sind ja hier draußen deswegen nicht dass das nachher nicht mehr finde ja ja da gibt es leider keinen jedenfalls nicht dass ich wüsste kein companion der es ein sieht warum man den ganzen junk mitnimmt wenigstens ein hätten sie doch machen können der so der ja mann nimm alles mit so so was war denn hier ach da geht es so da rein okay na weil ich aber gerade eigentlich nicht bin wird erst mal da das dinge ausräumen so ich glaube dann haben wir hier soweit auch schon alles erledigt ich weiß nicht ob da unten in dem ding selber noch irgendwas ist deswegen schnappe ich mir jetzt hier direkt alles was nicht nid und nagelfest ist und nimm das schon mal mit momentan sollte man nicht so dermaßen schwer sein auch wenn sich das bei den ganzen gabern hier schnell ändert so mich hier noch irgendwas kaffee port die haben schon auseinandergenommen da hat nur noch eine pistole drin so dann würde ich sagen gehe ich erstmal den loot modus über und sobald ich fertig sind sehen wir uns dann in der nächsten episode wieder und machen uns weiter auf dem weg zum castle bis zum nächsten mal